Urdhva Ekapada Ardha Bhadha Padma Paschimottanasana ist eine fortgeschrittene gleichgewichtige Vorwärtsbeuge. Vom langen Sitz ausgehend gib einen Fuß in die gebundene Lotus-Position, mit der anderen Hand fass dann an die Außenseite des Fußes, strecke das Bein nach oben aus und bring den Kopf zum Bein hin. Das ist Urdhva Ekapada Ardha Bhadha Padma Paschimottanasana.